Hallo Leute, ja der liebe Blaze braucht mal wieder die Hilfe seiner Abonnenten. Worum geht's? Ja, viele von euch kennen vielleicht noch den Let's Player Battle Contest, den Razamun IP veranstaltet. Ihr habt mich jetzt schon bis ins Finale gebracht und jetzt ist es soweit. Das erste Video vom Finale ist online und das einzigste, was ich von euch brauche, ist ein Daumen nach oben auf meinem Video. Und da denke ich mir, ihr bekommt von mir jeden Tag Videos. Uns vielleicht so als kleines Dankeschön oder Unterstützung könntet ihr mir auf dem Video, das ich euch in die Videobeschreibung poste, einen Daumen nach oben geben. Und ich glaube an meine Abonnenten. Ihr habt mich wie gesagt jetzt schon bis ins Finale gebracht und kommt Leute, das Finale packen wir auch noch. Was es für mich zu gewinnen gibt, ist ein Together mit Razamun LP, wo ja ihr im Prinzip auch etwas davon habt, denn es gibt wieder neue Videos. Also Leute, gebt mir euren Daumen nach oben. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir das Finale nach Hause bringen könnten und ihr mir dabei eure Daumen gebt, mich tatkräftig unterstützt. Aber ich bin von euch ja nichts anderes gewohnt. Von daher, ich sag schon mal Dankeschön. Ich bin raus, euer Blaze. Ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus. Ich bin raus, ich bin raus. Ich bin raus, ich bin raus. Ich bin raus, ich bin raus.